Oza! Deadkeeper, ja klar! Jetzt ist da oben noch ein Skelett, vom Eingang ist klar. Bumm. Mein Schwert ist kaputtgegangen, mein Schwert ist kaputtgegangen. Bumm. Ey, Dead... Der Deadkeeper macht aber uns die Wege schön gut. Ey, du Arsch! Ja, klick, 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 klick. Ja, hast du nicht eine Spitzhacke wenigstens oder sowas? Centus left the game. Centus was slain by... Game Over. Was? Was für Game Over, Alter? Centus hat Game Over! Game Over hab ich wirklich, du Arsch! Wie ist Game Over? Ja, wie kommst du jetzt... Wie kommst du jetzt wieder drauf? Ähm... Gerade nicht, wenn ich nicht auf MZ-Admin draufkomme. Du Noob! Halt die Fresse! Wir haben verloren irgendwie. Läuft bei dir jetzt nicht, oder? Ja, läuft bei dir. Eindeutig. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so wenig Leben hab. Steht doch, glaub ich, im Buch immer. Können wir dich nicht irgendwie... dir dein Leben wieder gegen? Ich hab doch Zeit... Guck mal, ob ihr mich... Guck mal, ob ihr mich in Bann könnt. Mhm. Äh, Slash Unbann, na? Pardon. Pardon, Slash Pardon. Pardon. Was denn jetzt? Es ist Pardon. Keine Moptik, äh... Keine Moptik... Ja, ach D, du müsstest es auch machen können. Ja, chill, Markus, ich bin grad am Verhalten. Moment. Ach, du bist schon wieder da hinten. Ich bin schon wieder weggegangen. Ich bin oben, Alter. Ja, D, weil D, gleich an mir vorbeigerand ist, ehrlich. Pardon? Wie geht das? Pardon? Ich hab das mit Mr. Andand. Weil es wüsste wieder joinen kann. Jetzt mach mal dein Buch offen. Und klick mal auf die Mission drauf. Ja, ich muss jetzt mal das Buch holen. Boah, wir haben ja alles entf... Guck, bist du denn gestorben? Unten bei den Spinnen. Da ist nicht richtig ausgeleuchtet, deswegen spawnt da noch viel zu viel. Die sind alle von oben. Die sind nirgendwo nicht ausgeleuchtet. Ach, ich bin noch nicht mal mehr in eine Party drin. Äh, oh, wie geh'n das denn? Bei Party drauf können wir einfach nur einladen. Ja, wo ist die Party? Ach, da. Party. Klick hier, äh... Party List. Geht einladen? Ja, lad mal ein. Party. Du, eine Party. Party. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll hier. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Äh, du musst... geh mal, äh... Geh mal zurück, bis da... Bis du wieder die Quest, äh, Kapitel da hast. Und dann klickst du das nochmal an, das Quest-Ding. Und dann an der rechten Seite... Okay, Party Win, okay. Aber hier steht nur Leaf Group Party List. Ich kann auch nix eingeben. Ich kann auch nix eingeben. Können wir das über Switch Party? Wir können höchstens, äh... Ich kann höchstens lieven, die Party. Aber dann sind die Quest-Sachen ja weg, Alter, ne? Ne, ne, das bleibt. Aber kann man da ne neue Öffner machen, wenn alle gegangen sind? Ja. Okay, ich hab jetzt auch gelieft. Ja, okay. Dann dürfen wir jetzt keine Quests fertig machen. So, jetzt kann... jetzt müsste irgendeine... Neue Quasi. Machst du eine neue? Mach schon. Ah, okay. Accept. Weil bei mir stand nämlich auch kein Owner dran. Bei Centro steht ja zum Beispiel Owner dran. Ja. Ich war ja eigentlich auch Owner. Wahrscheinlich weil ich stand auf der Party draußen war. Ging das dann nicht mehr. Wegen den Bannen und tot sein und alles. Weil du tot warst. Genau deswegen. Jetzt hab ich wieder acht Leben. Achte? Hast du mehr bekommen? Ich hab noch vier. Ich glaub das sind die Standardleben eigentlich. Ich hab einfach nur drei. Oh nein, das ist das Hühnchen. Wir haben ein Hühnchen im Ding. Ein Hühnchen ist schon mal unser Gefährte. Ich hab mal einen. Möchtest jemand? Ja, schmeiß da unten rein. Wo die Melonen sind, hab ich doch ein Gehege aufgebaut. Erst mal Sachen loswerden. Hallo. Ich muss wieder in mein Grab waren. Äh, so. Sind jetzt alle in der Party drin? Ja. Okay, dann mach ich nämlich die nächste. Quest fertig. Welche denn? Das mit der Lava? Ja. Die mit der Lava. Und die mit der Lava ist fertig. Mhm. Äh, was hatten wir? Ich hatte... Boah, welches hatte ich denn genommen? Rechts, ne? Immer. Äh... Also ich hab immer aus Glieder ne genommen. Ich hab immer aus Grüne genommen. Grüne haben wir nicht. Also Zentrum ist immer in der Mitte. Dann nehm ich rechts. Mhm. Ich bin sogar der Meinung, ich hab immer rechts genommen. Bock erst, Alter. Wollte ich mich rollen? Was soll ich hier nehmen? Das linke oder das... Was soll ich hier nehmen? Links. Oh mein Grabstein ist nicht mehr hier. Links, okay. Und jeder hat doch immer die Mitte genommen gehabt. Ja, also das Links genommen. Mhm. Ja, aber du hattest doch Mitte. Rauf und Schmitte. Besser. Ist egal. Oh mein Grabstein ist nicht da. Äh, und deine Sachen jetzt? Bin weg. Da durch. Toll. Weil du ein Noob bist. Ach, jetzt im Haul. Jetzt hast du noch jemand... Doch, ein Buch kannst du kriegen eigentlich. Ja, Buch hab ich doch. Kannst dir die Sachen doch wieder cheapen. Ah, ich hab jetzt auch 8 Leben. Hä, warum hab ich dir jetzt 8 Leben? Neue Party. Ah, okay. Oh, neue Party. Oder die, die jetzt zusammen passiert werden. Jungs, Pay2Win ist fertig, ne? Das können wir fertig machen. Oh, ich hab bei mir aus dem Eis in Ruhe rausgekommen. Da hab ich noch 2 Stück. 16 Stacks. Ja, mich interessiert eigentlich nur die Axt und die Rüstung, deswegen. Ne Rüstung hab ich auch nicht mehr ganz. Hä, wo sind die ganzen Coins denn denn? Hast du die fertig gemacht? Ich hab die fertig gemacht für die Quest. Ich hab die fertig gemacht für die Quest. Achso. Ich wundere mich gerade. Boah. Und hier ist wieder alles voller Spinnen und Dirt Creeper. So, wir machen uns erstmal jetzt gleich Masse anfackeln. Wex, 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 wex. So, das kommt da rein. Oh, Block of Coal. Was ist das denn hier? Ich hab hier irgendwie solche komischen Kartoffeln. Was? Ach, das ist, hä? Potatoes? Hier, guck mal. Da. Ich hab die da reingehaut in kleine Piste. Das, äh, das sind die Flux? Jaja. Flux komplett hart. Wir brauchen ja nur noch 20 Fönnesse. Die sind unten. Ja, die sind doch ganz nur. Können's genügend. So, also was muss ich jetzt anerfangen? Wir haben auch genug Stein oder nicht? Nein, hol da unten aus dem, wo die Spinnen sind. Wir müssen mal gucken, was hier drin ist. Haben wir noch Holz? Die Fönnesse. Was brauchst du? Holz? Ist dick. Wieso? Zentos hat letztens Holz. Ah ne, Zentos ist gestorben und hat da glaub ich das Holz nicht reingetan. Oder? Auch. Irgendwo müsste hier das Holz sein. Hier oben. Hier in der oberen Kiste. Hier in der mittleren. Ich tu alles noch. Ja. Obwohl, warte mal, ich hab keine Schwerter mehr. Ach, hast du die mehrere du? Ich hatte zwei Steine und ein Eisen. Nehme noch einen Stein. Ich hab zwei Steine. Hier ist noch eins. Oh, eins steht. Eins hatte ich jetzt rausgenommen. Gut, dass ich die anderen am meisten Sachen halt weggetan hab. Hm. Geh nochmal runter. Ist grad schwer. Ne, mit einem Schwert komm ich noch nicht aus. Oh, das ist schwer. Äh, wenn wir die Sticks müssen. Ha, Spinne? Ja. Ja oben. Hallo? Was? Aber das ist alles unverarbeitet. Ja, verarbeite doch einfach einen ganzen Stack. Ich hab so zehn verarbeitet. Einfach verarbeiten. Mach paar Sticks. Ja, das war ja das Ding hier. Pass auf, ich mach jetzt Sticks, ne? Hm. Okay. Jetzt ist Sticks gemacht. Geh dich hier unten noch wieder rein. Äh, ich bin ja grad nur noch. Haben wir noch Kabel? Ich hab jetzt vier Kabel in der Hand. Ich hab jetzt vier Kabel in der Hand. So, zweite Schwerte, fertig. Komm. Wie viele Schwerte hast du hier gemacht? Ich hab keine Schwerte. Zwei Schwerte, also. Zwei Steinschwerter. Ja, hab ich auch noch welche? Ja, dann mach dir welche. Boah, wo hast du jetzt alles reingepackt? Der Sticks sind hier unten drin wieder. Okay. Und Stein ist da oben wieder. Ah, ich muss da eben den. Hier ist noch Stein. Ach ja. Da liegen sie. Da. Ja. Ja. Richtig hart. Alles so hart. Ich bin immer in diesem Spiel.